Was ist das für ein Battle? Wir können es schaffen. Ein Schuss noch. Das war es wieder komplett an der... Oh mein Gott, Schien! Unterstütze mich mit dem Creator Code in Wallstars. Dafür kannst du eben ganz rechts im Shop mein Code Jojonas eingeben, um mich damit eben kostenlos unterstützen. Danke. Oh, nein, die... Leute. So. Hey Leute, heute geht es weiter mit unserem Projekt, das wir Richtung der 20.000 Trophäen angreifen wollen. Und heute, nachdem wir schon vor einer Woche die 15.000 Trophäen geschafft haben, könnten wir heute die 16.000 Trophäen schaffen. Dafür wollen wir es heute schaffen, mit gleich 4 Brawler über 600 Trophäen zu pushen. Das haben wir bisher noch nie geschafft, so viele Brawler auf einmal über 600 zu haben. Und dafür müssen wir heute Mortis, Tara, Genie und Mr. P über die 600 pushen. Leider haben wir Max noch nicht freigeschaltet, deswegen haben wir jetzt eben hier nur die 4 mythischen Brawler. Und ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Vor allem Mortis wird extrem hässlich werden. Und ob wir es hier geschaffen können, alle 4 mythischen Brawler über 600 Trophäen zu pushen und ob wir die 16.000 Trophäen erreichen können. Werdet ihr jetzt sehen, wir starten mit Mortis rein. Mein absoluter Hass-Spawler. Und euch jetzt wie immer viel Spaß mit den Highlights. Und an der Stelle schon vielen Dank für den Support. Wir haben seit heute die Monetarisierung freigeschaltet. Einfach nur Danke und jetzt, let's go. Okay, wir sind zumindest schon mal Top 3, das ist gut. Gute Ausrisslage, komm. Wir bleiben erstmal defensiv von mir aus, ja. Oh, aufpassen, jetzt nicht so aggressiv. Shinichi, nicht so aggressiv. Okay, alles gut. Er hat wieder hoch, ist in Ordnung. Dann kommt der Daryl rangerollt, sehr gut. Dann können wir vielleicht, äh, schade. Ah, das ist ein Piper und ich kann nichts machen gefühlt, ey. Es ist so schwierig, Mensch. Oh, jetzt, komm, Shinichi. Ist aufgeladen. Ah, schlechte Ulti, egal. Ah, aufpassen, aufpassen. Alles gut, okay. Noch eine andere B da oben. Die haben, das ist Doppel-B. B, Piper, B und auch ein Daryl. Ich kann nichts machen bisher. Komm, Shinichi, komm. Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Egal, schlechter Stachel von ihm. Oder von ihr, keine Ahnung. Aber was weiß ich denn wieder? Komm, Shinichi, komm, das müssen wir machen. Da oben ist ein Kill, glaube ich. Ich glaube, er ist tot. Die ist tot, glaube ich. Ah, nein, ich bin, glaube ich, auch tot. Okay, drei Teams noch einmal leben. Wir müssen irgendwie jetzt hier in die Top 2 schaffen. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay, das war, glaube ich, dumm von mir. Doch. Ja. Oh mein Gott. Ja, nee, keine Chance. Ja, okay, das war es wieder. Das war es wieder komplett an der... Oh mein Gott, Shinichi. Oh mein Gott, was? Das war so heftig von ihm. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Ich nicht. Let's go. Wir müssen jetzt hier Erster werden für die 600 Trophäen mit Tara. Das ist alles möglich. Das ist ja wohl okay. Das ist in Ordnung. Ja, den können wir vielleicht kriegen direkt. Das ist ja sehr, sehr gut. Das nervt jetzt aber echt. Ja, wir haben die so ein bisschen im Griff hier, ne? Ja, der Erste will schon abhauen, der Bull. Komm jetzt hier. Top 3, auf geht's. Wir können es schaffen. Wir können Platz 1 werden. Leon, es ist Showdown. Wir können es schaffen. Jetzt Showdown gewinnen. Wenn wir jetzt einen Showdown gewinnen, haben wir es geschafft. Yes, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Platz 1 mit Tara. Und damit haben wir es geschafft. Das neue Trophäen. Es war ein langer Push hier. Und wir haben es hier mit Tara schon mal mit dem ersten Brawler nach einer halben Ewigkeit über die 600 Trophäen geschafft. Das heißt, wir haben jetzt hier schon einmal 15.896 Trophäen. So, okay. Nächste Station wieder. Wir sind schon Top 6. Das sieht sehr gut aus. Okay, das sind Bienen. Aber es ist völlig egal. Ich habe gleich den nächsten Pinguinen. Sehr gut. Top 4. Das sieht gut aus. Wir sind Top 2. Showdown. Aber es ist alles egal. Ich bin Top 2. Mehr wollte ich gar nicht. Wir können es schaffen. Ein Schuss noch. Komm. Oh mein Gott. Wir haben Platz 1 geschafft mit Mr. P. Das war so eine heftige Runde. Die hoffentlich entscheidende Runde für die 600 Trophäen mit Mr. P. Egal. 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 Oh, zu aggressiv. Zu aggressiv. Oh, lol. Egal. Habe ich. Habe ich. Jawohl. Okay. Hätte ich jetzt ein bisschen zu früh genommen. Egal. Alles gut. Erstes Team ausgeschaltet. Ist eine gute Ausgangslage. Hauptsache, dass sie nicht weggestauben. Oh, das ist so gut. Dieser Pinguin ist so OP teilweise. Okay. Drei Power-Ups. Wir müssen nur Top 2 kommen. Wenn wir jetzt hier Top 2 schaffen, dann haben wir die 6 Hand Trophäe mit Mr. P. geschafft. Das wäre so wichtig. Oh. Das ist aber mit dem Wursch, glaube ich. Okay. Ein Mortis. Okay. Die respawnt. Wer ist das? Okay. Eine Shelly ist noch. Mein Team hat hier gerade einen Kill gemacht. Gegen den Mortis. Sehr schön. Aber wir kriegen die... Sehr, sehr gut. Wir haben das so im Griff gerade. Wir sind Top 3. Noch einen Platz. Das schaffen wir. Normalerweise. Normalerweise schaffen wir das. Ist die Pinguin-Station noch da? Ich glaube, ich bringe eine neue. Ich glaube, ich bringe eine neue. Power-Ups holen. Wir gewinnen jetzt noch. Komm. Jetzt noch Platz 1 holen. Wo ist der letzte Gegner? Da unten. Das ist ein Shelly. Das ist in Ordnung. Ja. Das war's. Einfach nur geil. Damit kommen wir den 16.000 Trophäen. Immer, immer näher. Bekommen jetzt hier plus 9. Nur mal GG in den Team. Das ging jetzt echt schnell mit ihm zusammen. Weil davor haben wir echt so lange gebraucht. Wir haben fast eine Stunde mit Mr. P. jetzt gepusht. So gut. Ich kann es wieder in die Heal aussetzen. Das ist übel gut. Markus, was machst du da? Ich bin so weit nach vorne. Ich kann es wieder healen. Sehr, sehr nice. Oh mein Gott. Ich habe so viele Power-Ups. Jeder Heal. Das ist schwierig jetzt. Oh mein Gott. Wir kriegen... Das kann nicht wahr sein. Was ist das für eine Runde? Dieser Heal. Wenn man die ganze Zeit bei mir bleibt, das ist so OP. Ich sag's euch. Wir haben Ms. Ah, die kommen zurück. Shelly ist in Ordnung. Sehr gut. Alter, das ist das für ein Battle. Das ist das unglaublichste Battle seit Ewigkeiten gefühlt. Ich sehe jetzt irgendeinen ran. Ja. Das ist so nice. Ich habe 24 Power-Ups. Was ist das für eine unfassbare Runde gewesen? Was? Lol. Was ist das denn für eine... Oh mein Gott. Richtig episches Ende. Unglaublich krankes Showdown-Dings. Äh, Showdown. Showdown-Runde. Um jetzt hier die 600 Trophäen mit Genie zu erreichen, müssen wir es in die Top 2 schaffen. Ich bin jetzt hier alleine. Mein Team-Age... Ich weiß nicht. Ich will aber die Box jetzt hier holen. Ich glaube, das ist schon gut. Äh, wo ist mein Team-Age? Äh, wo ist mein Team-Age? Wieso geht der Balken gerade so ab? Da unten. Oh. Was macht der da? Spätet der rum? Okay. Fünf Team sind von denen. Wir haben drei Power-Ups. Ah, okay. Da ist genau so ein Fight. Äh, verweckert gerade. Okay. Ah, das ist eigentlich jetzt nice. Oh, da können wir vielleicht eingreifen und was abstauben. Die kämpfen Gegner, aber da können wir übel abstauben, glaube ich. Pass auf. Ja. Zack. Oh mein Gott. Ich glaube, wir schaffen es. Wenn wir jetzt hier noch einen Platz erreichen... Wir müssen nur noch zwei werden, dann haben wir es geschafft. Das sieht sehr gut aus. Komm. Noch einen Platz. Epsi, das schaffen wir. Das ist so gut. Aber Epsi ist auch so OP bisher. Vielleicht aber auch Shady die richtige... Oh mein Gott. Ja. Oh, das war so stark. Oh mein Gott. Ah. Egal. Das schaffst du, Epsi. Komm, 18 Power-Ups. Das schaffen wir. Jetzt sind wir im Showdown. Wir haben damit auch die 600 Trophäen... ...mit Genie geschafft. Das ist nice. Epsi war so stark wirklich, Alter. Ja, das war es. Keine Chance. Ja, we spawned. Oh, we spawned nochmal. Aber ich, wir spawnen auch. Ja, das war es. Sehr, sehr schön. Die letzte Runde nochmal. Und damit haben wir auch... ...Mit Genie. Heute in den dritten... ...Worlern. Dritten mythischen Brawler. Damit über den 600 Trophäen. Das ist halt... Wow. Das war so anstrengend. Mal GG und Epsi. Und damit sind wir jetzt hier... ...bei 15.984 Trophäen. Na ja, der Bot wollen wir den kriegen. Hm, wir müssen den kriegen. Komm, dann nehmen wir mit nach links. Mir ist egal. Greifen wir doch schon mal an. Ja, sehr gut. Sieht gut aus. Da ist niemand in der... ...der ist mit hinter uns hier. Da ist niemand sehr, sehr gut... ...wenn wir jetzt die Power-Ops kriegen. Oh, bitte. Das sieht gut aus. Ups. Egal. 6 Power-Ops. Bester Start. Das könnten wir eigentlich schaffen. Da ist ein Frank. Wir müssen hier raus. Er hat ihn gekillt. Stark. Ganz stark. 3 Teams noch am Leben. Wir müssen noch 1 Team überstehen. Dann haben wir es geschafft. Das sollten wir eigentlich hinbekommen da unten. Ja, nicht ganz. Das sind Piper. Ich hole 9. Bitte, nicht wieder Dritter werden. Den Boss... Den Bot meine ich wollte ich jetzt eigentlich nicht... Äh, wir werden ihn, glaube ich, holen. Oh, ob das eine gute Idee ist. Du musst den Hauptschaden machen. Ich mache keinen Schaden, leider. Ich habe zu wenig Power-Ops. Ich darf jetzt keinen Flächenschaden bieten. Alles gut. Oh, sehr stark von mir. Äh, von mir, von ihm. Hätte auch ironisch sein können, weil ich gegen die Wand an die der geschossen habe. Egal, Add-Power-Ops. Okay, das sieht sehr gut aus. Jetzt hier einfach... ...schauen... ...dass wir jetzt hier nicht wegsterben. Sehr schön, guter Schaden. Besten Ziel, direkt den Bot holen. Sehr, sehr gut. Nächster Bot schon wieder. Oh Gott, kommen viele Bots gerade. Reicht das? Haben wir Top 2? Jesse noch killen. Nur noch Jesse, glaube ich. Wir haben es geschafft. Wir sind mit Schaden. Wir haben es geschafft. 600 Trophäen auch mit Mortis. Wir haben es gleich. Jetzt wartet ab. Das war so schlecht von mir wieder. Egal. Ja, das war wieder... Das war wieder... Ich bin so schlecht. Also ich habe es echt nicht verdient, da hochzukommen. Eigentlich, aber egal. Starker Team mit mir. Oh mein Gott. Plus 7 Trophäen. Mortis kann ich einfach nicht. Aber ich finde ansonsten ist es gar nicht mal so schlecht gespielt. Ich meine... Mortis kann ich halt echt nicht. 600 Trophäen, aber damit auch mit Mortis. Ich glaube, man hat teilweise wieder gesehen, dass ich immer noch nicht der beste Spieler bin. Aber... Oder auch immer noch relativ schlecht bin. Oft muss ich einfach offen sagen. Aber ich habe jetzt zumindest die 16.000 Trophäen geschafft. Und alle mythischen Brawler über 600 Trophäen. Das ist so heftig, ey. Wie immer an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und ciao.